Bibi Blocksberg, die berühmteste kleine Hexe Deutschlands, ist mit dem Kukumiko-Musical Alles wie verhext wieder auf großer Tournee und kommt live auch in eure Stadt. Bibi Blocksberg, Alles wie verhext, das Musical, original und exklusiv vom Kukumiko-Theater aus Köln. Ein hexischer Spaß für die ganze Familie. Tickets und Infos unter www.kukumiko-theater.de